Das ist doch schief hier. Man muss ja nicht mal nicht richtig schiefen sein. Ja, aber da schneidet man sich ja die Asse hindran auf, Paul. Jetzt aber. Julian flockt mit. Hier, Paul. Hast du schon das AUG-Video gesehen? Ja, hab ich schon gesehen. Direkt geguckt. Der Abspann war super, ne? Hm, machst du ein bisschen neidisch, ne? Ja, nur ein bisschen. Habt ihr denn alle eure HPA-Flaschen voll? Ja. Bis auf euch beide. Ja, Versager. Ja, nun aber fix, ne? Wir wollen nämlich nach Holland. Wir wollen nämlich heute zu Blackout fahren. Ja, Blackout. Hey, Hannes. Ich will lieber das Bier her, ey. Wie kann man ja so nicht ertragen, wie der Pferd. War ein Spaß. Vor allem, da steht ja auch, Don't drink and fly, ne? Ja. Und nicht Don't drink and drive. Läuft die Aufnahme? Ja. Ja? Sieht man mich? Ja? So, wir sind jetzt hier angekommen. Im Hotel. Campanile. Erkennt man gar nicht. Wo bist du denn jetzt da? Hier so. Was willst du denn von mir? So. Jetzt beziehen wir die Zimmer, wa? Oder was? Hast du das gesehen? 1a Lochkarte. Lochkarte. Was hast du für ein Zimmer? Ich habe 205. 207, Junge. 206. Du hast 206, ich bin 206. Ja? Sehr gut. So, wo müssen wir hoch? Wo müssen wir hin? Zweiter Stock, ne? Ey, wie heißt das hier? Wir müssen machen hier den Hotelinspektor. Wo ist Hannes? Ich bin hier. Nicht hinfallen. 201 bis 9. Da müssen wir hin. Du musst mal runter gucken, Flo. Du hast nämlich Höhenangst. Pussy. 204. 205. So. Mach auf, du Arschkranke. Ja. Ach so, wasserdicht. Ah, guck mal. Oh, ich traue dich, bitte. Ich krieg das nicht hin. Paul, du bist kein professioneller Türknacker. Kann das sein? Hey, yo. Hey, yo. Dreck mal rein in die Bühne. Genau. Huh. Aha. Huh. Oh, mit Fernseher. Hier können wir uns dann hinkuscheln, Flo. Hier in das Wandbett. Nee. Aber sicher. Oh, nee. Du musst so oft auf die Toilette in der Nacht, du Inkuschel. Bist du? Oh, Alter. Am Arsch. Das macht unser Team wieder dann. So, Hotelinspektor, Bernsen. Mhm. Naja, mit Blaulicht gehen wir hier gleich nochmal durch. Ja? Schwarzlichtmonster. Ah, der Toilettensitz ist schief. Ei, 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 ei. Mmm. Pott, dreckig. So. Die bleibt eh so stehen. Weil hier kackt keiner. Hier ist kein Fenster. Das ist egal. Was ist das denn? Wie werkt der Verwärmung in der Badkammer? Flo, hast du den Bademantel auch schon gefunden? Wie Bademantel? Wir haben Bademantel. Sind das, ich dachte das wären Handtücher. Sind das Bademantel? Habt ihr kein Bademantel geschossen? Ja, wir haben noch mehr. Wir haben das und das und noch Bademantel. Leck mich am Arsch. Hast du nicht. Hast du eh nicht. Du verarscht uns, Alter. Martin war gerade kacken. Das Wichtigste, was wir noch auspacken müssen. Voll der Zeitsprung. Ja, sicher. Wir essen ja noch nicht. Kannst du das nicht beim Schnitzschwetter machen, dass ich jetzt mit dem Finger schnipse? Und jetzt steht das Essen da. Das ist ganz einfach. Du schnipst einfach und dann ist das Essen da. So einfach ist das? Ja. Okay. Das war ein Scheisschnitzen. Das musst du richtig klatschen. Das ist ja geil, oder? Das hat einfach funktioniert. Jawohl. So, was für ein Scheiss. So. Kann ich jetzt essen? Ich hab Hunger, Alter. Guten Appetit, Leute. Ey, wenn die hier Patty wie irgendwas kostet, das teilt ihr selber an. Paul will den holländischen Porno gucken, während wir hier einen Liter Astra trinken. Was ist das denn? Wollt ihr das jetzt eigentlich gehen? Lass doch rollen. Guck mal. Er rollt weg. Bist du irre? Machst du die Tür zu? Achtung. Wir heizen. Hey. Prost. Alter, hier. Niedlich. Guck mal. Hier liegen Wechselakkus. Schon vom Hotel bereitgelegt. Ja, klar. Das ist für die Kamera da oben. Alle gucken. Hier ist ja zu groß. Hier ist ja noch einer. Guck mal. So, und dann? Ey, guck mir jetzt holländischen Fußball. Was sag ich denn jetzt? Keine Ahnung was du sagst. Ja, ich mein, das ist ja hier mitten im Vlog. Nächsten Morgen. Zwar nicht ausgeschlafen, aber voll gefressen. War ein üppiges Frühstück. Sehr angenehm. Sehr lecker. Und jetzt sind wir hier. Blackout Airsoft. So, wir hatten zum Glück nur irgendwie sechs Minuten Fahrt vom Hotel hierher. Jetzt geht's rein, würde ich sagen. Ja. Mach mal so rein. Jetzt guck dir das mal bitte an. Dieser Eingangsbereich. Ja. Ich hab noch nie, noch nie so einen schönen Eingangsbereich von einem Airsoft-Trucken gesehen. So, wir sind auch ein bisschen spät dran eigentlich. Wir müssen langsam loslegen. Mit Vorbereiten. Also hier ist der Eingangsbereich. Hier musst du dich erstmal anmelden. Und dann kannst du hier durchgehen. Einmal darüber. Zum Umkleiden. Und vorbereiten. Guck mal hier. Guck mal shoppen nebenbei. Ein bisschen. Jetzt hier auch die Vorbereitungsräume. Ich finde das richtig gut aufgestellt hier. Paulchen, was sagst du? Das ist doch wohl geil hier. Das weiß keiner, oder? Ne. Es gibt nur Mindestabstände. Das heißt keine Backup-Pflicht. Hallo. So. Ich pack die Kamera weg. Wir bereiten uns jetzt vor. Wir wollen jetzt spielen. Donut. Da, 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 dir, da, dir, da, dir. I'm going under. So, moin Mädels. Und damit startet direkt das erste Gameplay von unserem Blackout Ausflug. In diesem Gameplay zeigen wir noch so ein bisschen das Spielfeld und lassen so ein paar Szenen drin, wo man ein bisschen was von dem Spielfeld sieht, damit man überhaupt mal erkennt, wie geil das alles aufgebaut ist. Der Spielmodus hier ist Capture the Flag. Ganz normal, eine Flagge zum Beschützen, eine Flagge zum Klauen. Und wenn man die geklaut hat, haben die Gegner noch zehn Minuten Zeit, sich die Flagge wieder zurückzuerobern aus unserem Respawn. Oh, es geht gleich los. Ich will hier gar keinen im Weg stehen. Rechtsrum, linksrum? Go! Okay, ich hatte einen. Direkt hier links von mir befindet sich unsere Flagge, die wir beschützen müssen. Okay. 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 Aber was ist der? Oh. Alessens. Weitere Zubels. Echt! Nein. Alter ich seh gar keinen! Hilfe! Ich seh die nicht man! Flo warte! Wow! Direkt in der Mitte hier unten! Ich weiß! Ich glaube wir müssen ein bisschen zurück! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Wie ist das? Also ziehen wir uns einfach ein bisschen zurück und lassen die Gegner kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, oh, oh. Puppe leer! So, erste Runde vorbei, Spawnwechsel, Magazine laden und weiter geht's. Die Flagge ist rechts. Go! Geh links rum. Flo, ich geh linke Seite. Geh links rum. Geh links rum. Geh links rum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020